Einen wunderschönen guten Abend und auch noch mal herzlich willkommen jetzt hier vom Kommentatorplatz aus bei uns hier in der Sporthalle Wellinghofen und ich freue mich natürlich wieder, dass ich die Karo wieder bei mir habe, Schmäle, sie ist ja mittlerweile schon Stammkommentatorin hier bei Sportlein und bei den Handballbegegnungen hier aus der Sporthalle Wellinghofen. Sie wird natürlich auch gerne Handball spielen, aber verletzungsbedingt muss sie leider noch ein bisschen hier bei mir am Kommentatorplatz. Platz nehmen, aber ich finde, das macht sie auch. Ich glaube, Karo, schön, dass du wieder da bist und ich hoffe, du hast uns heute, denke ich mal, ein gutes Spiel mitgebracht, was wir erleben werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gegen Oldenburg ist immer spannend. Meistens sahen wir da in der Vergangenheit nicht so gut aus, aber ich habe heute ein gutes Gefühl, dass es heute anders wird. Ich habe mit Jochen Buch gesprochen und ich erinnere mich ungerne an das Hinspiel 29-19. Ja. Das war ja schon schneller, oder? Ja, das war eins der Spiele, die man gerne vergessen möchte. Also generell haben wir gegen Oldenburg die Letzte, also seitdem ich hier bin, ja meistens nicht so gut ausgesehen, aber jetzt ist es auf jeden Fall mal an der Zeit, dass das anders wird. Ja, Stichwort Oldenburg, der Verein ist dir ja auch nicht ganz unbekannt und deswegen bist du ja heute die perfekte Co-Moderatorin, um es mal so zu formulieren. Du kennst aus der Zeit 2007, 2008, 2009 könnte das gewesen sein, wenn ich richtig informiert bin. Wo ist man ganz, ganz gut oder nicht? Und jemand hat sich natürlich verändert, aber du weißt nicht, Oldenburg, das heißt, es ist immer unser System. Kannst du es mal lauter machen, ich verstehe dich so ganz schlecht. Ja, es soll auch, ja, wir haben, vielleicht kann die Tontechnik uns ein bisschen mehr Moderation geben. Ja, aber es ist mein, ja, Heimatverein, sage ich mal. Das ist der erste Verein, in dem ich erste Liga gespielt habe. Ich habe ganz, ganz positive Erinnerungen an Oldenburg. Meine Eltern wohnen immer noch in der Nähe von Oldenburg. Entsprechend habe ich da immer noch gute Kontakte hin, bin auch noch mit den Mädels da unterwegs, wenn wir mal ein Vorheißwochenende haben. Also, ja, also der Verein liegt mir auf jeden Fall am Herzen. Deswegen ist es heute natürlich auch was Besonderes. Ja, und heute kriegst du natürlich das Trikot des BVB 09. Also, dein Herr schlägt eigentlich schwarz, oder, ja, schwarz, um es mal zu sagen. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, dass deine Mannschaft heute hier gewinnt. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe es eben gerade schon mal gesagt, wir sind jetzt auf jeden Fall mal an der Reihe. Und ich hoffe, ja, und ich glaube auch fest daran, dass wir ja heute eine gute Chance haben. Ja, und es geht los. Der BVB, wie natürlich gewohnt, in gelb-schwarzer Spielkleidung. Und die Damen wollen es heute besser machen als die Herren. Die haben ja heute Mittag in Berlin verloren. Und, ähm, ganz, ganz wichtig, dass es mal wieder hier ein Sieg zu feiern gibt in das letzte Heimspiel. Das wäre ja nicht so glücklich, aber gut, man spielte gegen den Tabellenführer. Heute werden die Karten neu gemischt. Der Tabell siebte gegen den Tabellensechsten. Beide Punktgleich hier. Und, äh, ja. Schauen wir mal, was wir jetzt in den nächsten 59 Minuten hier erleben werden. Und von Kreide ist auch wieder dabei, was natürlich wichtig ist. Joachim Busch hat wohl Ihnen der Anmoderation mitgesagt. Also eine sehr wichtige Spielerin. Ja, viele Fans auch nicht angereist. Tränen, die sind so drüber hier. Und alles irgendwo. Und es ist wahnsinnig laut hier in der Hand. Aber man versteht sein eigenes Wort hier nicht, muss man sagen. Also, von der Stimmung her, es ist wieder Samstagabend. Wir sind ja der Kuhwagen. Und jetzt noch mal die Sektung. Und jetzt noch mal die Sektung. Ja, genau, das ist das Haus. So, Freiburg für Russia, Dortmund. Ja, wir fangen mit der gewohnten Aufstellung an, heute keine Überraschung eigentlich außer Stella Kramer auf Rechtsaußen anstatt Svenja Huber. Bei Oldenburg eigentlich auch nicht, außer dass Kim Birke auf Linksaußen fehlt, die ist verletzt mit, ich glaube Muskelfaserriss und Faszienriss, fällt ein paar Wochen aus. Schönes Anspiel von Zimmermann, gelbe Karte gegen Kara Hartstock. Ja, also 1 zu 0. Sie bringt unsere Landschaft mit 1 zu 0. Für den BVB. Und die ersten 3 Minuten sind mittlerweile gespielt hier in Berlinghofen und der BVB führt. Und ein sehr schöner Wurf, muss man sagen. Also das ist ein typischer Wurf von Angie Geschke, Unterarmwurf, der ist auch schwer zu sehen für den Torwart. Aber wir haben Waffen auch geschadet. Gut gespielt aber. Wir haben ja schon gegen Bad Wildung jetzt in der zweiten Welle letztes Wochenende sehr gut gespielt. Ich hoffe, dass wir da heute ein bisschen anknüpfen. Gegen Oldenburg ist natürlich immer schwer. Die spielen sehr, sehr schnell. Es ist eine sehr schnelle Mannschaft. Aber ich glaube, im Rückzug können wir da die auch überlaufen. Also so ist es nicht. Zurück sind sie auf jeden Fall langsamer als nach vorne. Ja, man hat sich auch einiges vorgenommen. Auch seit des Vorfelds Oldenburg. Man möchte natürlich gerne international sich qualifizieren diese Saison. Und deswegen auch für Oldenburg würden zwei Punkte heute sehr gut tun. Ja, das schon. Wobei ich ganz ehrlich nicht davon ausgehe, dass Oldenburg nächste Saison Europapokal spielen wird. Einfach aus finanziellen Gründen. Aber trotzdem will man natürlich so gut wie möglich spielen. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch aus Dortmund. Das ist auch, dass wir vielleicht auch in den internationalen Wettbewerben dabei werden. Und man fängt ja auch schon bei Grusia Dortmund an, jetzt die neue Mannschaft zu formen für die neue Saison, wie es ja alle anderen Vereine auch machen zu diesem Zeitpunkt. Ja, genau. Natja Nordgorna hat ja gerade neu unterschrieben. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch in der Abwehr. Und wir sehen hier gerade bei Oldenburg auf halb rechts Caroline Müller. Das ist ja unser neuer Zugang für nächste Saison. Kriegen die Zuschauer schon mal einen Eindruck davon? Ja, da werden wir auf der Zielgruppe stehen. Hey. Klasse, toller Gegenstoß. Und Natja Zimmermann zum 2 zu 1 für Borussia Dortmund. Ja, zwei Minuten gegen Angie Geschke. Die guckt verwundert, aber kann man sein. Die 2 zu 1 Führung für den BVB erfolgreich Natja Zimmermann und zwei Minuten Zeitstrafe für den VfL Oldenburg ist die Spielerin Angie Geschke. Ja, das ging ja schnell nach fünfeinhalb Minuten. Die erste Zeitstrafe geht es hier in der Halle Wellinghofen. Jetzt kommt Inga Smits als sächsische Feldspielerin aufs Feld. Tor ist leer. Ja, jetzt kann man langsam Zeitspiel pfeifen. Und Mandy ist jetzt im Tor. Ja, stimmt. Das ist ein Unterschied. Sonst ist man das ja gewohnt eigentlich, dass Klara Wolterring eigentlich von Anfang an im Tor steht. Ja. Ja, nee. Wir haben letzte Woche, ist Mandy in der zweiten oder Ende der ersten halbzeit, glaube ich, schon reingekommen und hat wirklich gut gehalten. Von daher muss man ihr dann auch mal die Chance geben. Also... Oh, ein böser Fehler. Ja, Fußspiel, Fußspiel sagt man das, Handspiel, Fußspiel, ich weiß nicht, über Fuß. Und noch 23 Sekunden Oldenburg in Unterzahl. Das Tor ist wieder leer. Ich denke mal, das werden die jetzt auch runterspielen. Und Klasse gehalten. Der Nachtsinn. Ja, es bleibt beim 2 zu 1. Die Überzahl haben wir nicht so gut genutzt. Dafür aber jetzt den Anschlusstreffer. 3-1 für Dortmund. Nach knapp 8 Minuten. Erfolgreich. Die Nummer 8, Anne Müller. Ja, wunderbar über außen gekommen. Das war gut gemacht. 2 zu 3. 4er Schnack von rechts aus. Solche Fehler, die darf man gegen Oldenburg nicht machen. Da kriegen wir sofort das Gegenschuss vor. Kara Hartstock gleich vor. Kara Hartstock. Also so schnell. 3-1 getuert. Und schon geht es 3 zu 3. Das ist ja das Schöne beim Handball. Wird ja nie langweilig. Oder selten. Ja, wir haben es ja selber schon hier erlebt. Da gab es 5, 6 Tore Unterschiede. Und plötzlich stand es unentschieden, oder? Ja. Zimmermann, gut gehalten. Julia Renner im Tor, gut gehalten. Sauber. Auch eine sehr große Spielerin. Ja. Kelly Dülper. Ja. Die Nummer 14, Kelly Dülper, bringt ihre Mannschaft. Den VfL-Württemberg mit 4 zu 3. Auch eine Spielerin, die den VfL nächstes Jahr verlässt. Genauso wie Kira Schnack und Inga Smits. Das heißt, der VfL muss auch versuchen, eine neue schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Ja, auf jeden Fall. Wo holt man den? Sagen wir mal so, man hat ja in dieser Mannschaft, der VfL-Württemberg, eine Mannschaft aus erfahrenen, aber auch junge Spielerinnen, die man integriert. Ja. In das Spiel und eine Mannschaft hinein. So ähnlich arbeiten wir ja hier bei Borussia Dortmund auch. Ja, also, ja, ich glaube, Oldenburg hat ja auch schon oft dieses Jugendzertifikat oder irgendeine Auszeichnung gekriegt für gute Jugendarbeit. Also das ist wirklich auch über Jahre entstanden. Und spielen die zweite Spiel, glaube ich, auch dritte Liga, aber auch immer ganz oben mit. Also das ist wirklich sehr, sehr gute Jugend- und Nachwuchsarbeit. Stella Kramer erfolgreich. Ja, Stella Kramer dann wieder. Also das geht wirklich schnell hin und her, um es mal so zu sagen. Ja. Zehn Minuten gespielt. Oldenburg in Führung hier. Und jetzt kann der BVB ausgleichen, aber wir haben es gerade angesprochen. Man sieht also, dass viele Vereine auf den Nachwuchs setzen. Und das ist auch richtig. Und bei Borussia Dortmund ist der Nachwuchs ja auch sehr erfolgreich. Ja. Und es wird ja gute Arbeit hier geleistet. Davon kann natürlich dann auch die erste Mannschaft profitieren. Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen Vereine in Deutschland, die müssen auch darauf setzen. Wir sind einfach international gesehen finanziell nicht so gut aufgestellt. Und ja, wenn wir da mithalten wollen, dann müssen wir auf junge Leute setzen. Es ist ja auch, also viele Ausländer kommen ja auch jung nach Deutschland, werden hier ausgebildet und gehen dann wieder weg. Also viele Holländer spielen ja auch in Deutschland. Ja, also genau das Thema wollte ich gerade ansprechen, besonders der Handball, der Damenhandball spielt in Holland eigentlich auch eine große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen es ja selber, einige Spielerinnen sind ja auch in der Damenhandball-Bundesliga vertreten. Ja. Und sie machen gerade den Handball auch gut. Das hat man wunderbar gemacht. Super. Ja, also wenn man mal überlegt, wer schon alles bei Oldenburg zum Beispiel jetzt gespielt hat. Das sind Lois Abbing, Laura van der Heiden, Tess Wester. Das sind Nationalspieler, die jetzt bei international alles spielen. Also kommen schon viele aus Deutschland und gehen dann weiter. Kelly Dülfer genauso jetzt oder Inga Smits auch. Also ich glaube, die geht jetzt nach Kopenhagen, nach Dänemark. Also es ist, ja, auf jeden Fall Karrieresprung, sag ich mal, den man hier machen kann. Der Damenhandball entwickelt sich positiv weiterhin in Deutschland, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, gerade für diese Sportart. Und wir haben es gerade schon angesprochen, die Jugendarbeit, die eine ganz große Rolle, ob es männlich oder weiblich jetzt ist, ist natürlich hier in einem Handballverein oder beide sind bei Vereinen, sehr, sehr wichtig und wird natürlich auch groß geschrieben. Ja. Und es ist einfach finanziell, können die deutschen Vereine nicht mithalten mit dem Ausland und, ja, da muss man irgendwie andere Akzente setzen. Sehr gut. Ja, das hat es auf Seite vom Winterdorff gut getan. 6 zu 5. Und das war der erste, neuer Spielstand, BVB 6. Knapp 13 Minuten gespielt. Also, ich würde sagen, ich habe mich jetzt ausgeglichen, die ersten 13 Minuten. Ja. Kleine Findungsphase jetzt meines Erachtens bei der Mannschaften, aber... Nicht umsonst belegen diese beiden Mannschaften gerade Platz 6 und 7. Da sieht man eigentlich, dass sie auf einer Ebene im Moment spielen, würde ich mal sagen. Jeder hat natürlich mal so eine Schwäckeperiode. Die hat es ja bei Oldenburg auch vor einigen Wochen gegeben. Aber die Mannschaft hat sich doch dann wieder jetzt gefangen. Letztes Spiel ja gewonnen. Genau wie Brüsseldorf und auch das Außerspiel jetzt hier. Ja, die haben natürlich auch jetzt vor kurzem die Nachricht gekriegt, dass da einer von den Hauptsponsoren ausfällt. Und das hat natürlich dann auch große Auswirkungen auf die Zukunft. Also, BWE war ja der Hauptsponsor, die, glaube ich, jetzt in den nächsten drei Jahren werden da sich fast komplett rausziehen oder zum großen Teil. Das sind wir an. Das verunsichern natürlich auch Spieler dann. Ja, jeder Verein ist eigentlich aufgefordert, wenn man ein Sponsorenpool hat, ist man auf der richtigen Seite eigentlich, um es mal so zu sagen. Denn es ist sehr schwierig, wenn man sich nur auf einen Sponsor verlässt oder auf ganz wenige. Denn wenn man mal mehrere Sponsoren hat und wenn man mal ein kleiner ausfällt, dann kann man das gut überbrücken. Aber wenn so ein Hauptsponsor ausfällt, dann hat man natürlich Probleme. Ja, das stimmt. Aber man sagt natürlich auch nicht, nein, wenn da die EWE kommt und einem so viel Geld gibt. Okay. Gleiche könnte, finde ich jetzt nicht mit der Bundesliga, mit einem Verein vergleichen, wo da auch ein Geldgeber ist. Aber es ist im Sport allgemein so, was wäre der Sport ohne Sponsoren? Da muss man dankbar sein, dass es diese Sponsoren überhaupt gibt. Kammer. Und schön überaus, das macht es gut. Und 7 zu 5, zwei Tore Führung. Jetzt führt Musiadokko. Alles so. Führt 7 zu 5. Und auch schön überaus durchgesetzt. Anfluss 6 zu 7. Ja, wieder Kira Schnack, kurze Ecke. Kira Schnack. Verkürzt für Oldenburg auf 6 zu 7. Ja, die Trommler des BVB. Sie möchten den BVB zum Siebtromle. Genau natürlich wie die Fans, die mit angereist sind aus Oldenburg. Falsche Sperre von Virag Vasari. Ah, okay. Ja. Ja, mit der gelben Karte kann man sehr zufrieden sein. Und es sieht aus, als da man gleich hier eine Auszeit nehmen wird. Ja. Also da sieht man die Größe, die richtig ist. Und jetzt kann der VfL in Führung gehen. Ja, ich habe gerade schon eine Aufforderung von Angie Gesch gekriegt, dass wir heute nicht so ganz so negativ über Oldenburg reden. Nein, das machen wir ja auch gar nicht. Also. Ich habe gesagt, ich gebe mir Mühe. Ja, wir haben ja viel Positives jetzt erzählt. Und schön, aber ein schönes Satzvermittelsage. Sehr, sehr gutes Ausstieg. Fast den Genauf. Ja. Fast den Genauf. Ja. Ja, jetzt kommt ein langes Kreuz für den Außen. Das ist ja immer noch ganz gut, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. Ich weiß immer noch, dass die Spielzugel von denen so viel ändert sich dann noch nicht. Ja, du kennst ja so ein bisschen auch die Ecke da in Oldenburg. Wie sieht es denn mit den Trainingsbedingungen aus, wenn man also da, ich sage mal, in Anführungszeichen auf dem Land oder in einer Großstadtarbeit. In Anführungszeichen, sage ich mal jetzt so. Dann warst du schon mal in Oldenburg. Das ist wunderschön. Nein, das weiß ich nicht. Ja, musst du mal dringend hinfahren, dann würdest du dir sowas nicht sagen. Erinnert mich daran, ich habe mal eine Berichterstattung gesehen, da war also, da hat man einfach eine Trecker geschützt. Ja, ich weiß, was nicht sagen wir. Am 1.4. um 19.30 Uhr hier hier. Einmal haben wir, dass die Kelly jetzt zu viel kann, sie frei werden. Jetzt sind beide Ecke geborgen. Die Toyota weiß jetzt nicht mehr, wohin sie soll gehen. Also, die Toyota bleibt kurz, sie geht mehr offensiver an, dass sie nicht so frei werden kann. Zweiter, direkt außen, schon zwei Tore gemacht. Scheiß vor. Sollte die Kinder in der Kiste mehr, so ein bisschen die, die der Kleine machen. Angriff bleibt im Gegenstoß. Laufen wir mit aller Gewalt. Weil es ist wichtig, nicht immer einlaufen, weil sie hat keine Einspielfahrt. Ja, ich habe gerade nur die Hälfte gehört, weil Jochen Busch kurz mit mir geredet hat. Aber, was ich mitgekriegt habe, ist auf jeden Fall, Kelly Dülfer müssen wir mehr darauf aufpassen. Die hat uns jetzt, ja, gut welche reingehauen. Und, ja, in der zweiten Welle sollen wir konsequent gehen und ja, dabei nicht so viel einlaufen. Ich möchte nochmal drauf zu sprechen kommen. Ollen wohl, vielleicht haben wir mit Ollen ein bisschen klein geredet. Aber wir als Ruhrgebiet, das ist ja ein großer Bereich. Wie siehst du selber den Unterschied so ein bisschen? Trainingsbedingungen jetzt, oder? Ja, halbgemein aber auch so. Wir sind auch die Menschen so ein bisschen. Ja, also wir sind halt Norddeutsche, ne? Wir sind ein bisschen kühler und jetzt nicht auf den ersten Blick die Leute, die auf andere zugehen. Also, aber gut, die Hälfte von denen, die da spielt oder mehr als die Hälfte, sind ja nicht wirklich Oldenburger. Also kann man das nicht sagen. Trainer ist auch Pole, Co-Trainer oder Torwart-Trainer ist Rosse. Also internationale Diener, das ist so ein Zeichen. Ich glaube, da wird mehr Holländisch und andere Sprachen gesprochen als Zeichen. Nein, die sprechen alle gut Deutschlands. Ne, aber die Trainingsbedingungen in Oldenburg sind gut. Also, wir haben eine neue Trainingshalle vor ein paar Jahren gekriegt. Also, da kann Dortmund sich als Großstadt auf jeden Fall was abgucken. Aber es soll ja ab 2018 besser werden, habe ich gesagt. Ja, ja, da schauen wir mal auf das passiert. Ich hoffe, da bist du noch beim BVB. Ja, das schauen wir auch mal. Aha. In der neuen Saison, ja, oder? Wie bitte? In der neuen Saison bist du noch dabei? Das steht noch nicht fest, ne. Das heißt also, im Moment lauten Gespräche? Ja. Und was für ein Gefühl hast du? Bin ja sehr neugierig. Ich habe immer ein gutes Gefühl für alles. Ja, da hast du gut rausgeredet, muss man so sagen. Aber beim guten Gefühl würde ich sagen, dann sehe ich dich demnächst auch wieder hier auf dem Feld. Auch vielleicht in der neuen Saison. Das kann ich nicht sagen. Steht noch nicht fest, muss ich ganz ehrlich sagen. Woran könnte scheitern? Am Kommentator. Okay, das schauen wir uns jetzt in sieben Meter an. Wenn er mich hier verleitet, irgendwas zu sagen. Ja, ich werde jetzt also die nächsten zehn Minuten nicht nachfragen. Das verspreche ich dir jetzt. Laulburg jetzt in Führung. Ja, schön gespielt. Wunderbar. Schön die Bauhausen gekommen. Auch gut vorbereitet. Zimmermann, das muss man wirklich sagen. Stella Kramer gleicht aus 9 zu 9. Ach, gut gehalten. Und noch einmal. Und die Gäste fielen mit 10 zu 9. Die Nummer 67, Veronika Mahler. Also, Mendy macht ein gutes Spiel im Tor, muss man wirklich sagen. Zimmermann. 9 Minuten noch in der ersten Halbzeit zu spielen. Ach, super getäuscht und gut abgeschlossen. Caroline Müller, also die Spielerin, werden wir in der neuen Saison auf der Seite des BVB sehen. Das hat sie klasse gemacht. Denn der Vertrag ist unterschrieben. Die Tinte ist trocken. Was bei meiner Co-Kommentatorin noch nicht ist. Die Tinte ist noch nicht trocken. Und, schön durchgetankt. Ich hoffe, bei Nadja Nogganaya, nee, Monson heißt sie ja jetzt, ist sie trocken. Da stand ja schon in einer Zeitung, da war noch nicht unterschrieben. Verkürzt für der BVB auf 10 zu 11. 10 zu 11. So, noch 8 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Ja, das nächste Heimspiel ist der 1. April dann. Wie siehst du das? Hast du eine Chance, dass du wieder dabei bist? Du fragst mich das jedes Mal, ne? Ja, ich weiß. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr optimistisch. Mir geht es schon ganz gut jetzt. Ja. Ich trainiere auch schon wieder Fleißen. Super gemacht. Aber ich werde auf jeden Fall kein Risiko eingehen. Ja, da ist auch kein Wünschen. 11 zu 11. Es geht Schlag auf Schlag hier weiter. 11 zu 11. Erfolgreich Mirak Basari. Jetzt ist ja Weisheitl im Innenblock. Stefanie Kaiser auch eine sehr, sehr große Spielerin. Ja. Vorne, die eigentlich Kettelbeiner so die Lücken reißt. Lass sie los. Und gut halten. Gut, Überzahl, Überzahl. Berlin, Börekat. Zimmermeinung, jetzt muss sie auf Volkermund. Das wollte sie zu schön machen. Ja. Julia Renner ist ja auch keine kleine Torfrau. Sehr schön durchgetankt. Klasse gemacht. Karolin, Börekat. Ja. 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 unterstützen aber daran scheitert es auf keinen fall denn sie haben sie mit der grund was für eine stimmung hier in der halle ist also hier hat man probleme auf seite von natürlich sehr groß der mittelblock also kelly durch das ist sehr gut muss man sagen ja und dann der zweitore führung und das fünf minuten vor der halbzeit jetzt muss der bvb sich mehr konzentrieren muss man wieder abschließend auch drin haben auch von frei entsprechend auf halb links zimmermann und jetzt der volk das mit erneut erfolgreich jetzt und mit 14 zu 11 wird der vfl holenburg muss man sagen die mancher macht ein gutes spiel des vfl jetzt wird zeit dass der bvb mal wieder abschließt und es hat geklappt karina erzielt den zwölften treffer für den bvb zum zwölf zu vierzehn team timeout genommen von leszekowiczny so wollen wir mal hören was der trainer zu sagen hat also er könnte doch eigentlich zufrieden sein bis jetzt ja also auf jeden fall jetzt die letzten minuten haben sie natürlich gut in der abwehr gestanden und daraus sind sie viele gegenstöße gelaufen also das ist natürlich auch das spiel der oltenburger und das ist auch das siebte feldspielerin angie geht auf karl du gehst kelly geht am kreis wir spielen drei mit stemmen aber kelly bleibt und endlich versucht zusammen mit kreis jetzt noch nicht das war ja das war jetzt nicht so einfach zu verstehen aber das ist bei ihm auch nein 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 es war eine klare ansage für die spielerin was jetzt gespielt wird die spielerin mal was drei denn so ist jetzt mit dieser begegnung patrick abend und christian die spielerin die spielerin die spielerin die spielerin die spielerin jetzt erst seit kurzer zeit wieder jetzt könnte der bvb verkürzen die spielerin sie bei und der ausgleich Ja, die trifft heute irgendwie alles. Und wieder Führung für den VfL, 15 zu 14, der Volkreich wieder schnackt. Zwei Minute jetzt noch zu spielen hier in der ersten Halbzeit. Raffi Itaki gerade ein wunderschönes Tor gemacht, das freut mich ganz besonders. Und dann wieder so ein Fehler, den die Damen da machen. Ja, ein kraftvoller Wurf und dann Tor vorbei. Und der BVB. Und noch 90 Sekunden in der ersten Halbzeit. Mit einem Unentschieden in der Halbzeit gehen. Das wäre auf Seite von Musseldorff und sicherlich nicht schlecht. Zimmermann aber auch gut pariert wiederum. Und der VfL Oldenburg jetzt mit der Möglichkeit, zwei Tore in Führung zu gehen. Und dann vielleicht damit, dass man die Seiten wechselt. Aber wie gesagt, hier im Handball ist ja alles möglich. Was sind schon ein, zwei, drei Tore? Ja, jetzt mit sieben Feldspielern. Interessant. Ja, und wieder gut gehalten. Tor, 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 Tor. Die Möglichkeit und... Och, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das Tor ist leer. Und die Latte ist im Weg. Der Kreisläufer, ne? Das kann nicht wahr sein. 30 Sekunden Vorschluss der ersten Halbzeit. Ne, auf jeden Fall die richtige Entscheidung von Nadja Zimmermann, nicht selber zu werfen. Das machen ja sehr, sehr viele auch gerne direkt zu werfen, aber... Und Glück jetzt! Und noch 15 Sekunden und jetzt wirft sie den Ball! Und der Ball, der kostet denn diesmal! Das kippt's doch nicht! Meine Güte! Und jetzt kommt der VfL und noch zwei Sekunden. Ich glaube, das Ding ist gelaufen nach 30 Minuten. Ja, bitte! Also, man hätte locker mit dem Unentschieden jetzt die Seite wechseln können. Ne, aber das Ergebnis geht so in Ordnung. Jetzt macht der direkte Freiburg. Ja, das Spiel läuft sogar noch. Ja, okay. Ne, aber das Ergebnis geht in Ordnung. War jetzt natürlich bitter, die letzten beiden Würfe. Aber generell ist das auf jeden Fall ein auslegendes Spiel. Und ja, ich bin gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. Also, bis jetzt muss man sagen, war es für die Zuschauer ein Top-Spiel. Ja. Wir haben wirklich was gesehen. Und es ist ja auch knapp. Ja. Ne, finde ich, finde es gut. Und da sieht man eigentlich, dass beide Mannschaften eigentlich in der oberen Region zu Hause sind. Ja, zumindest im Mittelfeld, sagen wir mal. Das hast du nett formuliert. Ja. So, wir gehen dann in die Halbzeitpause und melden uns dann gleich wieder, liebe Zuschauer. Und ich glaube, wir versprechen Ihnen für die nächsten 30 Minuten eine spannende, tolle Begegnung. Weiterhin hier aus Saab und Wellinghofen. Das ist tadelos. Caro, was gibt es Neues denn auf Seite des BVB? Was für Infos gibt es? Ja, also, die haben gesagt, sie gewinnen heute. Das sind natürlich klasse Informationen, die wir hier von ihr bekommen. Und hast du nicht mitgekriegt, was die Trainerin noch mit auf den Weg gegeben hat? Nein, ich war nicht in der Kabine, nicht. Ich meine, du kennst die Mannschaft, du kennst die Trainerin. Was hat sie denn nach deinem Ermessen mit auf den Weg gegeben, jetzt für die zweite Halbzeit? Stell dir mal Fragen. Das ist nicht einfach zu beantworten. Also, ich denke auf jeden Fall, dass sie gesagt hat nochmal, dass wir jetzt auf Kelly Dulfer aufpassen müssen, dass wir besser zurücklaufen müssen. Wir haben schon ein paar Tore durch Gegenstoß-Tore gekriegt. Und ja, wir müssen auf jeden Fall auch unsere zweite Welle spielen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da nicht hinten einnullen lassen. Ja, du hattest mir ja vorhin gesagt, dass Dinger wollte ja gewinnen. Und im Moment ein Torunterschied. Also, wir haben es ja gerade schon gesagt. Die Zuschauer können zufrieden sein. Wir haben ein tolles Handballspiel bis jetzt gesehen. Und wenn der BVB sich jetzt ein bisschen mehr konzentriert, dann hat man mehr Möglichkeiten, denke ich mal. Ja, also heute ist auf jeden Fall was drin. Es ist eine gute Ausgangslage jetzt zur Halbzeit. Kann mir mit zufrieden sein, auch wenn die letzten zwei Törchen jetzt ein bisschen unglücklich waren. Aber ja, das ist ja für die Zuschauer auch immer ganz interessant. Oder es macht ja Spaß zuzugucken bei solchen Spielen. Und ja, ich glaube, wir haben eine gute Ausgangslage. Und ich finde auch persönlich ist es immer besser, wenn wir vielleicht mal ein Tor zurückliegen oder zwei, als wenn wir führen. Weil dann ist das irgendwie unterbewusst nochmal was anderes. Ja, sehr, sehr laut hier in der Halle, muss man sagen. Also, Johan Busch hat gerade nochmal die Fans so richtig motiviert. Ob es die Fans des VfL oder die Fans von Brussia waren also... Ich wage zu bezweifeln, das ist die Oldenburg. Ja, ich weiß also, dass wenn man solche Spiele betrachtet, Oldenburg doch immer ein paar Zuschauer mitbringt. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, die haben ja schon langjährige Fankultur da aufgebaut. Und ich meine, das ist ja nicht weit, also zwei Stunden... Und der Nachwuchs ist auch hier, man sieht es hier. Und über das Thema Nachwuchs haben wir uns ja schon vorhin ausführlich unterhalten. Also, für jeden Verein natürlich wichtig. Und man kann nur die Eltern auch fordern, die Kinder auch für den Handbarsport ein wenig zu begeistern. Und man sieht, die Kids haben Spaß hier. Und ein Gruß in die Welt hinaus von den Kids hier in der Sportahalle für den Gruppen in Dortmund. Ja, wir spielen so weiter, wie wir aufgehört haben ungefähr. Carina Traumüller bleibt auf links außen. Ja, und der WVB muss jetzt aufpassen, dass er nicht jetzt sofort wieder ein Tor kassiert. Aber das ist passiert. Ein sehr, sehr schöner Spielzug. Toll! Ja, das war eine Einzelaktion, würde ich schon beinahe sagen. Also, das ist wirklich eine starke Spielerin, die Olmukta auf links außen hat. Muss man wirklich sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt. Tschechien oder irgendwie sowas. Also, wenn selbst Kim Birke schon über sie sagt, dass sie sehr, sehr gut ist, dann heißt das schon was. Eigene Konkurrentin. So, und der BVB kann jetzt Tor Nummer 15 erzielen. Und er macht das auch. Ja, wichtiger Anschlusstreffer. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns nicht abschütteln lassen. Ja, gut gehalten. Ja, das ist die WVB. Ah, Schritte. Und sie versucht sich schön durchzutanken, aber Schritte. 15 zu 16 liegt der BVB hinten. Und am Tor vorbei, der Ball, liegt in den Händen des BVB, und jetzt sieht nochmal die Fenster gefordert des BVB. Ja klar, Freiwurf. Und jetzt müsste man auf Seite von Borussia Dortmund konzentriert spielen. Da sieht man die sehr, sehr gute Deckung. Und der Ablust, das war wirklich, da hat sie die Mitte getroffen und Ausgleich, 16 zu 16. Und der Balltag ging leicht aus, 16 zu 16. Und der BVB schön wieder über. Der VfL, jetzt müssen sie es schnell machen und Pech jetzt, man trifft hier nur die Latte. Und der BVB, jetzt müssen sie es schnell machen. Und der BVB, jetzt müssen sie es schnell machen. Ja, schön gehalten. So, jetzt habe ich so den Eindruck, dass der BVB ein wenig besser in die zweite Halbzeit reinkommt, als unsere Gäste hier aus Oldenburg. Ja, auf jeden Fall sehr gut gehalten von Mandy Borges. Gerade es war nicht ihre Ecke trotzdem gehalten. Ich bin ja sowieso immer der Meinung, die Torwärter sollten nicht immer. Und das war ein wunderbares Anspiel. Und da gibt es viel Applaus hier in die Halle. Ja, hat er recht, es waren Schritte. Also, ich glaube, wir werden bis zum Schluss eine spannende Begegnung auf Messerschneide hier sehen. Und die Möglichkeit. Tor Nummer 8. Das gibt's in Platz separiert. Super gemacht. Und Toto geht das. Nee, stimmt. Abgepickelt, der treffert nicht. Ja, das sind Chancen, die dürfen wir nicht liegen lassen. Das waren ja zwei Gegenstöße. Damit wären wir jetzt drei vorne gewesen. Also, das sind ein bisschen Nachlässigkeiten, sag ich mal. Ja, der hat sich zu weit ausdrücken lassen. Ja, das war okay. Ja. Und der Ball ist nicht drin. Und der Bremde trifft den Posten. Also, jetzt im Moment, sind so viele Chancen da. Und Time-out. Die Valle im Friszen. Time-out. Wenn du gerade springst, bleib kurze Ecke, dann musst du langwerfen. Wenn du weg springst, kannst du ganz reduzieren, okay? Das ist schon zwei freie Chancen, das ist zu viel hier. So Mädels, wir wechseln, erhol dich ein bisschen, kommst du wieder rein, wieder kommst du rein. Stella, wechseln, komm zieh dich aus, wechseln wir rein, wechseln wir da auch rein. Ein bisschen noch mal neue Impulse reinholen, okay? Auf Mädels, bitte auf! Neue Impulse. Ja, sie hat es gerade gesagt, also wir müssen die Chancen verwandeln. Jetzt drei Freie, sie hat zwei Freie, es waren aber drei Freie nicht genutzt. Das kann man sich gegen eine Mannschaft wie Oldenburg nicht leisten. Jetzt kommt Svenja Huber ins Spiel für Stella Kramer. Oder wie wir sie nennen, Huber Bube. Oh, dafür kriege ich Ärger, dass ich das sage. Ja, hat ja keiner mitgekriegt, das hat keiner gehört. Und Miral Mborowitsch natürlich auf halb links, halb rechts. Ja, das war ein kräftiger Wurf. Die Nürnberg reicht aus. 17 zu 17. Neuer Spielstand, 17 zu 17. 심으로 ist hier. Was haben wir? Eine Nürnberg, eine Nürnberg, ein GRE. Das ist ein Mann, der BVB in dieser Reihe, er hat uns frei. Die Nürnberg ist für die Nürnberg, zu machen. Sie haben auch noch einen R Trek-R ouen. Die Nürnberg ist für die Nürnberg. Die Nürnberg. Wenn man das jetzt sieht, hätte der BVB schon fünf Tore mehr haben können, wenn man jetzt die ganzen Latten- und Pfostentreffer sieht, die wir bis jetzt hier erlebt haben, in der Halle. Ja, Latten und Pfosten gehören zum Handball auch dazu, aber wir lassen trotzdem generell zu viel liegen. Ja, ich muss sagen, es wird ja gut gefeitet, aber erstaunlicherweise wenig sieben Meter, wenig Zeitstrafen. Ja, die gerade, die wir gerade gekriegt haben, die waren natürlich unnötig. Schön. Super gehalten. Also man muss wissen, die Dortmunder Torfrau ist viertig in Topform. Ja, die ist sauer gerade, sehe ich. Alle Hände! Kann aber mit sich zufrieden sein. Ja, definitiv. Aber auch gerade die Abwehr in Unterzahl so gut gearbeitet. Also jetzt ist Alina Greisels das erste Mal als Mitte auf dem Spielfeld. Die war jetzt ganz lange krank. Wir sprechen gerade die Zeitstrafe an. Und Huber das erste Mal jetzt erfolgreich. 18 zu 17. Ja, definitiv muss man sagen, dass der BVB besser aus der Kabine gekommen ist jetzt in der zweiten Halbzeit. Also die ersten zehn Minuten jetzt hier in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, leichte Vorteile, Borussia Dortmund. Ja, also die Zeitstrafe haben wir auch gerade sehr, sehr gut runtergespielt. VfL jetzt mit der offensiven Abwehr, mit Angie Geschke vorne. Da müssen wir ganz gut aufpassen. Also die ist wirklich vorne vor sehr gut. Ja, der BVB, wenn er jetzt konzentriert weiterspielt. Wieder gut pariert. Und Dieter Korst, die wirklich auch ein gutes Spiel macht ihr. Ja, leichte Aufregung hier auf der Tribüne. Ach, schade. Da ist er super hoch gestiegen. Ausgleich. 18 zu 18. Die Nummer 14. Der Lidl vergleicht aus. Neuer Spielstand. 18 zu 18. Ja, und jetzt könnte Oldenburg in Führung gehen. Ne, aber wir laufen definitiv auch besser zurück. Also das muss ich wirklich sagen. In der ersten Halbzeit sind ja schon noch viele Gegenstruktore von Oldenburg gekommen. Und das ist bisher jetzt nicht so der Fall. Ja, da darf man es eigentlich nicht so durchlaufen lassen, um es mal so zu formulieren. Ja, es waren aber auch Kurzvorschritte. Sie bringt ihre Mannschaft mit 19 zu 18 in Führung. Und jetzt ist Oldenburg in Führung und jetzt muss der BVB versuchen den Ausgleich zu erzielen. Aber das kraftiert jetzt nicht. Und Oldenburg hat jetzt die Möglichkeit mit diesem Angriff zwei Tore in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit. Also jetzt wird es so ein bisschen leicht in der BVB oder nervös, um es mal so zu formulieren. Und der VfL kommt jetzt wieder besser ins Spiel. Und die Möglichkeit um Zauber. Und es heißt 19 zu 19. Ja, schön. Endlich mal ein Spiel, wo wir auch mal gegen Stöße laufen. Ich habe im Voraus gesagt, Oldenburg spielt sehr schnell, aber zurück sind sie nicht so schnell. Und das müssen wir auch weiter nutzen. Aber man muss wirklich sagen, jetzt also 44 Minuten gespielt. Und es ist weiterhin knapp und spannend also. Und sehr gut angespielt am Preis. Oldenburg erneut die Führung jetzt hier. Der war schön gespielt. Der von den Kaiser, der war erfolgreich. Auch ein wunderbares Anspiel. Und auch hervorragend gemacht hier. Müller erneut erfolgreich. Für Borussia Dortmund 20 zu 20. Also unter Oldenburg. Die Mädels aus Oldenburg. So schnell geht das. Oldenburg mit 21 zu 20. Zwei Minuten. Das ist ein bisschen zu hart. Sie bringt ihre Mannschaft mit 21 zu 20 in Führung. Zwei Strafminuten für den BVB. Der BVB trifft die Spielerin mit der Nummer 6. Saskia Weisheit. So, der BVB jetzt in Unterzahl. Aber wir haben die Torfrau rausgenommen. Aus dem Fliege zu Schäher. Schäher! Ja gut. Schön festmachen lassen, jetzt ein bisschen Zeit runterspielen. Früher, ja schön, wunderbar, also drei Treffer gezieht aneinander, Artus Müller. Er hat sehr früh den Arm gehoben, meines Erachtens, der Schiedsrichter, also in Unterzahl muss man das nicht machen. Und noch eine Minute in Unterzahl ist der BVB jetzt und er steht 21 zu 21, also ein spannendes, tolles Spiel erleben wir hier in Dortmund-Vellikofen. Und Klasse gehalten, da war sie mit dem Kühner dran. Und der BVB, noch 39 Sektionen in Unterzahl. Die Torfrau ist wieder raus, das heißt eine Bestsellerin darf dafür reinkommen, dann der BVB jetzt im Angriff. Also, Mandy Borekas hat Kelly Dülfer jetzt ganz gut im Griff, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, obwohl ich das gesagt habe. Köln gemacht, klasse Wüste tankt. Ja, so geht das. 22 zu 21. Und halten. Und der BVB ist jetzt wieder komplett. Ja, so können wir auch weiter Unterzahl spielen. Also die Taktik auch ausgegangen, ausgegangen. Ohne Torfrau. Kann auch ins Auge gehen, aber hier ist alles wichtig gemacht worden. Ja, das war jetzt ganz wichtig, dass wir da keinen Bruch reinkriegen mit der Zwei-Minuten-Straße. Aber ich glaube, dass dieses Spiel erst in der letzten Zeitung entschieden wird. Und wieder quasi erfolgreich. Der BVB führt mit zwei Toren. 23 zu 21. BVB fällt rein. Aber kommen ein. Aber von Kreil eine wirklich gute Spielerin, was die sich entwickelt hat in den Reihen dieser Mannschaft, muss man sagen, oder? Ja, die war schon vorher gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat ja vorher dritte Liga gespielt. Natürlich muss man sich da erstmal ein bisschen dran... Oh, aha. Das war blöd, aber... Natürlich muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen, sag ich mal. Aber die ist auf jeden Fall mit der zu rechnen in nächster Zeit. Aber... Es gerade waren zwei Tore Unterschied, aber ich dieses Spiel, das wird bis in der letzten Sekunde spannend bleiben. Ich glaube, er hat der Kreis abgefiffen, weil eine andere Spielerin durch den Kreis gelaufen ist. Und weiter geht es. Und weiter geht es. So, der BVB also jetzt in Übertal. Und da sehen wir... Ja, da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Das kann man auch... Da kann man wirklich Stürmer vorallegleifen. Und weiter geht es. Ja. 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 Mirak hatte scheinbar gerade einen Lauf. Mal schauen, wer den nächsten wird. Ja. 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 Aber das ist jetzt wirklich sehr gut. Also ich glaube, die schaffen es die Zeit runterzuspielen, ja, vor Verhelfen. Ja, wenn man das vergleicht mit dem, wo wir gerade Zeitspiel in Unterzahl abgefifft und gekriegt haben, das ist ein bisschen unfair. Aber generell kann man sagen, dass die Schiedsrichter auf jeden Fall ganz gut pfeifen. So, noch sechs Sekunden ist der Vorfeld in Unterzahl. 23 zu 22 und die letzten zehn Minuten laufen jetzt. So, und jetzt gibt es wieder zwei Minuten, so wie ich sehe. Habe ich nicht gesehen, aber... Ich auch nicht, da wurde, glaube ich... Gemeckert, glaube ich. Um es mal so zu formulieren. Das ist bei Angie Geschke durchaus im Bereich des Möglichen, sagen wir es mal so. Und erneut der B-Boring jetzt in Überzahl. Ja, jetzt passiert mehr mit den zwei Minutenstrapeln. Also in der ersten Hauptzeit, da gab es ja nur eine einzige. Ja, aber zwei Mal durchmeckern, das ist natürlich auch... Ja, damit kann man auch ein Spiel kaputt machen. Da sollte man vorsichtig sein. Ja. Aber Borussia konnte jetzt nicht davon profitieren. Wir haben ja noch mal zwei Minuten. Also hier gibt man kein Risiko rein. Man nimmt die Torfrau nicht raus beim VfL. Einmal mischen, bitte. Ah, schön gespielt. Und die Zeit ist angehalten. 54 Sekunden, oder 52 Sekunden. Der BVB noch in die Überzahl. Ich glaube, er hat abwärts durch den Kreis gefissen. Und wenn da jetzt jemand dran ist, dann ist es natürlich... Aber... Ist okay. Die war dran, sie war dran. 23 zu 23. Also ich sag schon die ganze Zeit, Caro, das bleibt spannend, bis zur letzten Sekunde. Ja. Wo sind die Prinz vom BVB? Wer hat die bessere Kondition, wer kann konzentriert versuchen, das Spiel nach Hause zu bringen. Also die letzten acht Minuten. Achtet man zu diesem Zeitpunkt auf die Uhr? Guckt man rauf, oder? Ja, definitiv. Also generell achtet man eigentlich immer auf die Uhr. Ja. Aber jetzt besonders. Ja, gut. Nicht, nicht. Ah. Ja. Ich würde sagen... Fahne Schritte. Also, auf beiden Seiten passieren Fehler von den Schiedsrichtern. Ist alles in Ordnung. Ja. 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 Knapp sieben Minuten. Wieso hast du eigentlich Kopfhörer, Kopfohrhörer und ich muss hier diese Kopfdinger drauf haben? Ich hab vergessen, den Kopfhörer aufzusetzen. Jetzt müssen wir da durch. Aber du siehst trotzdem gut aus, auch mit deinen Kopfhörern. Ich weiß, die stehen dir nicht besonders gut, hast du noch selber behauptet. Ich behaupte mal, du siehst sehr gut damit aus. Also... Das ist ein Fehler, Max. Da waren nur fünf. Das ist ein Fehler, Max. Ja, also es passieren jetzt Fehler auf beiden Seiten. Das ist jetzt nur ein bisschen unser Glück. Alle Hände! Auf geht's! Ja, man muss immer wieder sagen, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Das Ergebnis sagt eigentlich alles. Ja. 23 zu 23. Es hat maximal drei Tore unterschiedliches gegeben. Spiel, Spiel. Ja, Glück geht's hier auf Seite. Ja, kann man schon, nein. Mitverpacken kann man nicht. Team-Time-Out genommen von unserer Trainerin. Die Zuschauerzahl am heutigen Abend präsentiert von der Firma Green IT. Immer wieder die technische Fehler wird uns ermöglicht, das Führung wegzunehmen. Also, Nadja, bist du jetzt auf die Mitte. Du bist rechts rücklaufen. Wirklich jetzt wechseln. Du läufst die langen Kreuzern. Denn hier rechts. Pulle, Pulle, Späre für dich. Wenn du nicht werfen kannst, weiter, du kannst eins gegen eins ohne Spiel zu machen. Es ist fein, ne? Hallo? Es ist fein. Ja, aber die nächste Anliebe. Jetzt kannst du ganz normal. Hallo? Wenn ich klappe mit dem Außen, dann sofort zurückstoße. Das ist die nächste Anliebe. Jetzt etwa Kohlab, Paff. Will es fein? Ja! So geht es! Hey, Späre! Das war meine klare Ansage, ne? Das war, würde ich sagen. Deutlich. Fünf, eineinhalb Minuten noch. Grüß hier im Angriff. Zimmermann. Zieh, zieh, zieh. Katreil. Ach, Ecke, Ecke. Und der BVB bleibt weiter im Ballbesitz. Zieh! Und Zimmermann. 24 zu 23. Fünf Minuten. Jetzt noch zu spielen hier in Venkuchen. Wir leben wirklich hier eine spannende, backene Begegnung am heutigen Samstagabend. Der Tabellensechste, Vf. Oldenburg gegen den siebten Borussia Dortmund. Beide haben die gleiche Punktzahl. Ja, haben wir wieder Glück. Jetzt brauchen wir das Tor. Auf geht's! Ja, und der Handsprecher fordert nochmal die BVB-Fans hier auf die Mannschaft zu unterstützen. Sie machen es. Zieh! Und jetzt über Außen. Der Ball ist drin. 25 zu 23. Vier Minuten. Jetzt noch zu spielen. Aber das gibt es schon. Zwei Tore. Und der BVB hat den Ball. Vier Minuten sind jetzt noch zu spielen. Ja, also dreieinhalb Minuten, die können noch lang werden. Ja, also das Spiel ist noch nicht entschieden. Auf keinen Fall, was ich heute hier, was wir heute hier erleben. Zimmermann. Und der Ball ist weg. Und wenn jetzt Oldenburg den Treffer erzielt, dann würde ich sagen, jetzt bleibt es. Bleibt es wirklich spannend. Also das sah man schon die ganze Zeit. Das ist ein Spiel. Also vielleicht wie ein unentschiedenes Gericht, wenn man das ganze Spiel betrachtet. Noch drei Minuten. Borussia Dortmund führt. Und der BVB müsste jetzt abschließen. Und es gibt den Freiburg für Schwarz-Kölz. Müller hat den Ball. Einmal wischen. Einen Applaus für unsere beiden Fischer hier in der Halle. Ja, die Fischer kriegen ja auch Applaus. Und es geht weiter. Zieh, zieh, zieh. Und jetzt kommt der Ausgleich. Nein! Pfosten! Pfosten! Schon eine gute Möglichkeit. Aber der BVB hat ja auch vorhin viele Vorstreffer gehabt. Vielleicht gleicht sich das jetzt ein bisschen aus. Und es sind noch zwei Minuten jetzt gleich zu führen. Zwei Minuten noch. Ein Torführung für Borussia Dortmund. Und jetzt müsste der BVB versuchen, den Ball unter Kontrolle dort oder die Lippe finden. Und dann erfolgreich abwiesen. Huber und der Ball ist mit! Trenja Huber! Noch zwei Minuten und 14 Sekunden. 26 zu 24. Und man muss jetzt ein Tor erzielen. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Und am Tor vorbei! Der BVB! In Ballbesitz. Ja, das war's! Und das erste Mal. Sagt die Caro, das war's! Wo noch 90 Sekunden fast zu spielen gehen. So selbstbewusst habe ich sie noch nicht gesehen, eigentlich hier. Aber sie ist überzeugt. Und die Zuschauer stehen jetzt hier auf. Die ganze alle stehen auf! Die ganze alle stehen auf! Die feuern ihre Mannschaft an! Die letzten 60 Sekunden laufen jetzt hier Borussia Dortmund in Ballbesitz. Man versucht den Ballklar jetzt in der Kontrolle zu halten. Und das Spiel wird nochmal unterbrochen. Aber das sind wichtige Sekunden für Borussia Dortmund jetzt hier in Wellinghofen. Ja, ganz wichtiges Tor von Svenja Huber. Den hätte sie sich nicht nehmen müssen. Aber sie hat da die Verantwortung übernommen. Und ja, es wird jetzt belohnt. Und wieder abgefiffen und der Ball weiter. Also jetzt glaube ich, dass das, muss man sagen, also entschieden ist das Spiel. Der Abschluss ist noch vorbei. Das sind jetzt noch 20 Sekunden. Gut. Und das könnte... Und es sieht normal nach einem 7 Meter aus. Und wir schauen zur Uhr. Nur noch Sekunden. Die Zeit ist jetzt angehalten. Den 7 Meter nehmen wir dann noch mit, würde ich sagen. Ja. Aber man muss wirklich sagen, eine tolle Leistung, die der VfL hier geboten hat. Ne, der BVB. Ja, auch. Aber ich muss wirklich sagen, auch hier der VfL von beiden Mannschaften. Denn es war 58 Minuten, muss man sagen. Ja. War es wirklich ausgeglichen. Ne, das war ein gutes Spiel. Also wir haben trotzdem noch viele Fehler gemacht. Aber Oldenburg, Gott sei Dank auch. Und deswegen gehen wir da heute als Sieger vom Platz. Der letzte Wurf in dieser Begegnung, würde ich sagen. Das war's. Und der BVB gewinnt 26 zu 25. Also, was für ein Spiel. Die Kizower sind begeistert. Es war ein toller Handballabend hier. Also, was für eine sensationelle Stimmung hier war. Das muss man wirklich sagen. Die Kizower stehen hier auf der Tribüne. Und wir haben wirklich ein tolles Handballspiel gesehen. Und man hört gerade verdienten Sieger Borussia Dortmund. Ja. Ne, auf jeden Fall. Also, Oldenburg hat in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Ich habe gerade gesagt, wir haben das auch gemacht. Aber wir haben es am Ende besser genutzt. Und, ja. Ich glaube, dass letztendlich dann auch die 2x2 Minuten wegen Meckern letztendlich entscheidend waren. Mit einem Tor verlieren. Da sind vier Minuten schon wichtig. Also, ja. Teilweise dann auch selbst schuld. Ich hoffe, dass du jetzt ganz schnell wieder gesund wirst. Ja. Und dass du dann das nächste Spiel am 1. April wieder mitmachen kannst. Ich hoffe es auch. Aber wenn nicht, würde ich mich nicht mehr freuen, hier willkommen heißen zu dürfen. Am Kommentatorplatz. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wie immer. Wie immer. Hoffentlich nicht. Schönen Tag. Mach's gut. Danke dir. Und wir warten jetzt mal, dass wir jetzt gleich hier hören, was die Trainerin und der Trainer zu sagen haben. Heiko, ich spreche dich mal ganz spontan an. Was sagst du denn zum Spiel heute? Eins der besten Spiele, was wir in dieser Saison geliefert haben. Ganz toll. Tolle Leistung. Toll gekämpft. Aber natürlich hätte man es sich leichter machen können. Mit ein paar Toren mehr. Vor allem vor der Halbzeit. Zweimal das leere Tor nicht getroffen. Nur Pfosten und Latte. Und auch in der zweiten Halbzeit zwei, drei gute Chancen liegen lassen. Also wir hätten heute alle etwas entspannter, schon ein paar Minuten vor Schluss hier den Sieg feiern können, wenn wir einen höheren Vorsprung rausgeworfen hätten. Aber trotzdem ein super Spiel. Kompliment an die Mannschaft und Kompliment auch heute an unsere Torfrau. Das war ja heute nicht Clara im Tor, sondern unsere zweite. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber man muss auch wirklich sagen, der VfL hat sich auch nicht versteckt. Also man sieht, dass beide Mannschaften die Möglichkeit haben, oben in der Tabelle weiter sich Fuß zu fassen. Ja, auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch eins sagen, der Rückraum von Oldenburg. Da waren drei Spielerinnen, die alles haben, größer waren als alles, was wir auf dem Platz haben. Also das ist schon mal ein körperlicher Vorteil gewesen, den die hatten. Aber wir haben gut dagegen gehalten und ich war ein bisschen ängstlich, weil wir ja die ersten 22 Minuten ohne Auswechslung durchgespielt haben. Das konnte dann irgendwann kräftemäßig nicht mehr so weitergehen. Und nicht jeder Wechsel hat wirklich heute funktioniert. Aber insgesamt nochmal tolle Leistungen, ganz klasse. Also ein toller Abend heute haben die Zuschauer hier in der Halle erlebt. Das kann man auch nochmal ganz deutlich sagen. Also von der Stimmung her ist erstaunlich eigentlich, wie die Fans auch jetzt beim Handball mitgehen. Genau was hätte ich gesagt wie die Südtribüne, aber was hier mittlerweile los ist, das ist ja schon sensationell. Ja, ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es aber trotzdem schade, dass es heute wieder nur 700 Zuschauer waren. Wir haben ja hier schon Spiele gehabt in der Weihnachtswoche, beziehungsweise zwischen Weihnachten und Silvester. Da waren 1850 Ausverkauf. Ich habe hier schon Spiele mit 1200, 1300 Zuschauern erlebt. Es müsste noch mehr getrommelt werden. Und da kann man einfach nur sagen, da müssen alle mitmachen. Da müssen die Dortmunder Zeitungen, da muss das Radio, da müsst ihr mit eurem Fernseesender noch ein bisschen mehr trommeln. Denn es lohnt sich hier hinzugehen. Und die 13 Euro, die hier der Eintritt kostet von Erwachsenen, die lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass du auch das nächste Eintritt bieten. 1. April oder bist du wieder auf Tour? Jetzt geht es bei mir erstmal los. Ich habe sehr viele Formel 1 Rennen und zwar sehr weite Flüge. Ich muss nach Australien, nach Shanghai, nach Bahrain, nach Russland. Also es dauert ein bisschen, bis ich wieder hier auftauche. Aber du hast die Möglichkeit, über das Internet das zu verfolgen? Ja, natürlich. Ich gucke, egal wo ich bin auf der Welt, gucke ich die Ergebnisse. Also immer. Du kannst auch den Livestream von uns dann gucken. Ja, das muss ich dann mal schauen, ob das in Australien funktioniert. Sag mal, das funktioniert. Ich war schon hier in Australien, das klappt. Heiko, hau rein, danke. Leszek, wie immer gehört das erste Wort unseren Gästen. Endstand im Spiel. BVB gegen Oldenburg 26 zu 25. Zur Halbzeit habt ihr noch 15-14 geführt. Ich glaube, wir haben ein schnelles Handballspiel gesehen. Dadurch natürlich auch einige Fehler. Dein Statement zum Spiel. Guten Abend. Glückwunsch zum Sieg. Sicherlich auf dieses Ergebnis. Ein ziemlich großer Einfluss hat unser schlechtes Spiel in Angriff genommen. Wir haben in der zweiten Halbzeit nur mit zehn Toren geworfen. Trotz vieler Möglichkeiten, die sich ergeben haben. In der entscheidenden Phase haben wir viel zu viel verschossen. Und ich denke, aufgrund dessen, Dortmund konnte zu Hause vor allem bei diesem ausgeglichenen Spiel, dieses Spiel zum Schluss doch kontrollieren. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir in Angriff viel zu statisch, ohne Bewegung, phasenweise, mit vielen Einzelaktionen versucht haben, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Ja, letztendlich war das natürlich kein richtiger Mittel. Danke, Leszek. Ja, Ilchiko, gleiche Frage. War ein spannendes Spiel. Ein schnelles Spiel. Dein Statement zum Spiel. Also ich denke, jeder weiß, dass Oldenburg Wahnsinn schnell spielt nach vorne. Und sie haben wirklich schnelle Leute und auf alle Rückraumpositionen torgefährliche Leute. Und deswegen haben wir auch gewusst, dass wir machen Risiko, wenn wir auch auf diesem Gegenstoß schneller nach vorne spielen. Entsprechend bei der Mannschaft natürlich bei diesen schnellen Spielen mehr technische Fehler gemacht, als vielleicht sollte. Andererseits, wirklich, wir haben auch gut die Chancen erarbeitet haben. Leider, wir haben, wie Leszek gesagt, auch viele Chancen in wichtiger Situation verworfen. Es ist schade, aber Ende für uns gut ausgegangen. Deswegen bin ich natürlich glücklich, Oldenburg schlagen. Das ist nicht so selbstverständlich. Andererseits habe ich gefreut, dass wir haben Angie auch, wie die Inger Smith, haben wir geschafft zu angreifen. Das Endeffekt, Kelly war diejenige, der wesentlich besser getroffen von dem Rückraum. Und wenn diese Gefahr können wir gewissermaßen ausschalten, dann haben wir natürlich Chancen und dieses Mal auch geklappt. Entsprechend ein oder andere Außentore war überflüssig. Aber wir haben das Kauf genommen, dass wir verdichten mehr in der Mitte, um die Kreisspielerinnen auch, dass eventuell die Außenwände den Ball bekommt, vielleicht die Torhüterin, das kann besser halten. Aber insgesamt, ich denke, Mandy Burak hat heute eine super Leistung gebracht mit ihren Pässe nach vorne. Wir haben wesentlich mehr Gegenstöße gemacht gegen diese schnelle Mannschaft als sonst. Also nochmal herziger Glückwunsch für die Mannschaft, gut gekämpft. Die technischen Fehler müssen wir noch weiter üben. Danke, Ildiko. Ja, Leszek, eure Saison ist auch ein Wellental. Genau wie der BVB habt ihr auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt ist noch kurzfristig Kim Birke ausgefallen. Es war ein wichtiges Spiel. Die Plätze werden jetzt getauscht. Der BVB nimmt jetzt Platz 6 ein. Ihr seid dann Siebter. Du hast im Vorfeld gesagt, wichtig ist der vierte Platz. Wie siehst du den Kampf um diesen vierten Tabellenplatz? Wir haben heute natürlich zwei sehr wichtige Punkte verloren, die diesen Kampf schon beeinflussen. Aufgrund dessen natürlich Dortmund in der Tabelle steht besser. Ja, wir haben mit Verletzungen eine ganze Saison zu tun. Wir haben jetzt nicht nur Kim verloren, auch Isabel. Jon Genellen musste stark erkältet zu Hause bleiben. Ich bin froh, dass Julia Wenzel zurück ist. Aber so eine Saison habe ich wirklich noch nicht erlebt, wo man nie, wirklich nie mit kompletter Mannschaft gespielt hat. Von Anfang an haben wir sehr viele verschiedene Probleme. Und natürlich unsere Europapokal-Teilnahme war von einer Seite gut. Man hat viele Erfahrungen gesammelt. Von anderer Seite hat uns das zusätzlich stark belastet. Und wir merken, dass wenn man internationale Ambitionen hat, muss man doch viel, viel breitere Kader haben. Und vor allem gesunde Kader. Wir leiden seit Sommer eigentlich mit solchen Problemen. Insofern beeinflusst das schon richtig unseren Job. Danke, Leszek. Ja, Ildiko, da können wir auch ein Lied von singen. Das haben wir jetzt auch schon zwei Jahre mitgemacht, diese ganzen Verletzungen. Kommt dir jetzt die 14-tägige Pause, die jetzt wieder eintritt, recht? Kommen einige Verletzte zurück? Oder sagst du, jetzt sind wir gerade im Rhythmus, zwei Siege hintereinander. Und jetzt haben wir wieder Pause. Also ich muss immer wieder feststellen, das ist wunderschön, wenn du mehrere Nationalspielerinnen hast. Aber die Pause kommt für uns überhaupt nicht gut, muss ich ehrlich zugeben. Weil wir haben dann entsprechend nicht diesen Rhythmus. Es ist immer schwer zurückzukehren in diesen Spielrhythmus. Die Nationalspielerinnen werden zurückkommen, natürlich mit Länderspielbelastung. Entsprechend, sie sind auch nicht so fit. Also muss ich jetzt auf eigener Haut fühlen, was andere Leute immer wieder erzählt haben, werden oben mitgespielt haben. Also ich finde persönlich für uns ist jetzt nicht so positiv. Aber müssen wir damit leben, müssen wir auch lernen, dass wenn Nationalspenden weg sind, dann wenn sie zurückkommen, dann die andere muss trotzdem den Rhythmus finden, müssen sie auch vielleicht mehr Verantwortung übernehmen. Aber das ist unsere Lernphase. Wir sind zweiter Jahr im Bundesliga. Ich denke, damit kann jetzt das erste Mal leben. Aber ich werde froh sein, wenn jetzt nicht Pause hätten. Eine Frage noch an beide Trainer. Leszek, du bist jetzt nicht das erste Mal hier in der Halle Wellinghofen. Schon viele Jahre hast du hier Spiele erlebt. Wie findet ihr die Stimmung hier in der Halle? Ich glaube, das ist schon eine etwas tolle Atmosphäre hier. Ja, es ist immer besser. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man eigentlich alle Fans mit Hand begrüßen konnte. Heutzutage ist die Halle voll, die Stimmung ist super. Allerdings auf diese Stimmung haben auch unsere Fans sehr großen Einfluss heute genommen. Und danke, dass ihr uns unterstützt habt und Samstag für dieses Spiel geopfert habt. Danke ganz herzlich. Ja, Iliko, ein Wort von dir noch an unsere Fans. Natürlich, ich merke, dass immer mehr Zuschauer kommen zu unserem Spiel. Und wir haben schon unsere Seite auch, wo unsere richtigen Fans in diesem Sinne, dass sie kommen, egal ob es regnet oder Sonne scheint. Und deswegen natürlich, ich bin begeistert, weil immer mehr kommt und immer mehr möglich, dass wirklich diese Phase, wo vielleicht nichts so läuft, dass sie uns mitnehmen. Als siebte Spielerin helfen sie uns. Und deswegen bin ich natürlich ganz dankbar und ich hoffe, dass weiter dieser Interesse besteht und trotzdem neben Fußball immer wieder in der Halle treffen uns. Danke, Iliko. Ja, vielen Dank, Leszek. Ich wünsche euch noch viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison. Und Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich ein schönes Restwochenende. Denken Sie dran, 1.4.19.30 Uhr hier gegen Tussmetzingen. Es war wieder eine tolle Atmosphäre. Vielen Dank dafür. Bis zum 1.4.19.30 Uhr. Dankeschön. Tschüss. Ja, soweit Jochen Busch, sportlicher Leiter mit den beiden Verantwortlichen. Ich glaube, wir haben einen tollen Handballabend hier erlebt in der Sporthalle Wellinghofen. Am 1. April sind wir wieder für Sie auf Sendung ab 19.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. 19.30 Uhr beginnt das Spiel und wenn Sie Lust haben, kommen Sie live vorbei. Das war's. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie zugeschaut haben. Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Alles Gute und wir sagen bis zum 1. April, da sehen wir uns hoffentlich wieder. Guten Abend und auf Wiedersehen.